Mit dem Netzwerk Aussiedler bietet die CDU Deutschlands als einzige Volkspartei eine breit aufgestellte Plattform für die Gestaltung des parteipolitischen Diskurses. Wir sind und bleiben verlässliche Partner der Aussiedler. Sie sind mit ihrem Fleiß und Können sowie ihrer reichen kulturellen Tradition ein Gewinn für unser Land. Seit Jahrzehnten sind die Belange der Aussiedler unser besonderes politisches Anliegen. Seit 1950 kamen rund 4,5 Millionen Aussiedler nach Deutschland. In den 70er Jahren kamen die Menschen überwiegend aus Rumänien, in den 80er Jahren vor allem aus Polen und seit den 90er Jahren aus den Gebieten der Nachfolgerstaaten der Sowjetunion. Mit unserem Netzwerk bieten wir den engagierten Aussiedler eine politische Heimat. Uns liegt sehr daran, die berufliche Eingliederung der zahlreichen Fachkräfte unter den Aussiedlern nachhaltig zu fördern. Wir haben den Nachzug der Angehörigen von Spätaussiedlern erleichtert und damit den familiären Zusammenhalt gestärkt. Auch die Pflege und Darstellung des reichen kulturellen Erbes der deutschen Familien aus Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion ist für uns von großer Bedeutung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017